aber also mich selber reizt das nicht so warte mal jetzt kann ich euch sagen ich habe java 1.8.0 also hier nicht der schrägstrich sondern das slash 25 wenn du f3 drückst kannst du das sehen ich habe die java version 1.8.0 habe ich auch 1.8.0 habe ich 64 bitte also kannst daran nicht liegen ich habe 134 fps zu viel nein da hast du aber viel hat er gesagt ich habe nämlich nur 15 fps liegt aber auch daran weil ich aufnehme und auch der server gleichzeitig bin ich habe 60 wo steht denn das nimmt mir auch auf gerade bei mir steht das automatisch da von dextry bei dir du hast traps müsste es aber auch da stehen oder du hast nämlich gesagt dass das anzeigen soll das steht ganz links gleich in der zweiten zeile das erste 27 habe ich 30 springt ein bisschen her zwischen 27 und 30 springt er hinterher aber ich nehme mir auch auf ich habe keine axt habe ich aus versehen ein screenshot gespeichert ja da ist ein fieses loch ne ja fiese löcher gibt es auch ja hinterhält sich gemein da kann aber jemand fein singen kann besser pfeifen als singen ne das kann ich nicht kann nicht feißen hier ist ne bergkuh ja ich werde jetzt nicht alle kühe die hier oben sind zur weite bringen nicht sind doch gerade nur zwei oder sind da jetzt noch mehr ja hier hinten sind hier auch kühe hier 1 2 3 4 5 6 kühe hier hinten und der bär kommt hier auch noch weg hier hängt es über ja ich hab ja eh ne sooo äh steffi wo bewahrst du äpfel auf ähm in deiner küche in der küche ok dann pack ich da abführer der rode baut schon fleißig hier menschenskinder äh nicht ne ich hab gar nichts gebaut oh wir hab gar nichts gebaut nein nur paar türen und bisschen fassade hm 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 2 türen habe ich reingesetzt die hatte ich noch bei mir im inventar gehabt aus versehen aus versehen hatte ich im inventar ja die hab ich auch schon mal hingestellt das ist eine Kommt den blog weggehen oh das wollte ich nicht sorry das ist eine hier mit dem loch muss ja unbedingt dieser berg hier sein das wird schon jetzt ich bin voll ich kann nichts mehr aufnehmen krass so dann mach ich noch mal wieder ein bisschen was langsinn du hast du Erde? ja ich hab ganz viel Erde ich bin grad in Steckens Haus ich kann Erde noch mitbringen nee nee ich nehm ihr die ab die sie hier hat und da dreicht dann komm mal her damit gut so dann werd ich mal hier hinten weiter basteln ich pflanze dir hier jetzt grad noch mal ein paar Bäume hin wenn das okay ist wo? da wo eh schon ein paar Bäume stehen okay weißt du welche brauchen? naja okay das reicht jetzt auch ein paar Bäumchen so gut das ist die Ebene die wir brauchen okay so mal gucken ob das geht wo darf ich denn noch weiter abbauen? ach ich baue hier einfach ein paar du kannst hier oben mithelfen wo bist du? oben auf dem Berg nur für dich ah ich sehe gut gut dass ich mir zwei schaufeln da musst du aufpassen ähm hier ist irgendwo ein Loch ein großer da kannst du ganz tief fallen da musst du aufpassen quasi eine Höhle ja guck mal ja guck mal glaube ich bin unter euch in dem in dem Loch da ist bestimmt noch eine Höhle oder sowas ganz bestimmt boah ich war heute also vorhin so vollgefressen also in Anführungsstrichen ähm meine Eltern waren heute in Hamburg zur Phantom der Oper 2 aha das ist ja im Operettenhaus auf dem Kiez also auf der Reeperbahn ja und ähm danach wollten die halt was essen gehen normalerweise gehen wir halt dann ähm im Portugiesenviertel was essen aber es bot sich bei denen grad an dass beim Kiez da so ein Platz ist mit diversen Buden ja 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 da wo da wo da wo ist wieder weg glaube ich glaube ich doch gerade wieder verlassen ich höre euch wieder ah ja dir auch da da wo ich bin wieder weg Ist ja wie im Osten, entweder man hört sie, dann ist sie nicht da oder sie ist da, dann hört man sie nicht. Backfisch. Hallo? Ja, bist du wieder da? Ja. Okay. Ich habe gerade Backfisch gehört. Ich hatte dann belgische Pommes mitgebracht und ich hatte noch eine Pizza im Ofen und nun lachten mich diese belgischen Pommes an. Das war wirklich nur eine Handvoll. Ich war so pappesatt. War echt lecker. Ja, die Belgier, die haben es mit den Kalorien. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Fett da rauskam. Boah. Bei uns gab es heute französische Zwiebelsuppe. Oh, lecker. Ja. Oh, mit Käse überbacken. Ja, für mich nicht, aber für die anderen ja. Magst du kein Käse? Nein. Oh, Mann. Keine Sorte. Äh, Mozzarella. Aha. Den ganz milden, der eigentlich nicht nach Käse schmeckt. Genau. Gut. Alles klar. Aber sonst, ne. Ich esse kein Gouda, kein Ebenzahler und wenn... Boah, Mama isst ja so gerne so ein Stinker, ne? Boah. Tilsida. Boah, da geh ich laufen, ne? Lecker. Ne, boah, wenn du den Kühlschrank aufmachst und dir kommen eingeschlaffene Füße entgegen, ja? So ein Scheiß stinkt. Boah, ne. Lecker. Ich liebe richtig herben Tilsida auf Brötchen. Geil. Mir ist was runtergefallen. Ich hab ein rohes Rindfleisch gekriegt. Oh nein. Da hat eine Kuh jetzt einen Abgang gemacht schon. Ja. Ja, die zweite ist auch kurz davor. Soll ich sie retten? Ja. Ich hol mal Weizen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Oh. Und ich sammle mal hier... Was ist das alles von mir? Ne, ne? Ja. Der Rode ist... Er ist am bauen. Ist ja geil. So ein bisschen, ja. Ne, so ein bisschen. Ich bin schon mal am ausprobieren, wie das aussieht, was man machen kann. Wir können ja keine Türen übereinander stellen. Deswegen hab ich so Holz darüber weggemacht. Das soll ja diese hohen Türen da darstellen. Musst du ja nicht zwangsweise... Die Türen sind nicht unbedingt hoch. Da sind riesen Türen, die sind da vorne. Also ich... Da ist, ähm... Ich würd's, ich würd's, glaub ich, durch Stein ersetzen. Ne, das sind hohe Türen, sind das. Das kann man ja praktisch mit diesem Holz andeuten, diese hohen Türen. Ja. Und deswegen halt so. Und in dem Bogen über den Türen ist ja auch noch so Zeug drin auf dem Bild, ne? Ja, deswegen hab ich ja diesen gemeißelten Stein genommen. Ja. Und wir brauchen Sand. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Was wollte ich denn holen? Was wollte ich holen? Weil, äh, wenn du mal auf das Hauptbild guckst, auf den, ähm, der Eingang, der Haupteingang, da ist brauner Stein. Ganz hellbrauner Stein ist da drüber. Und das ist für mich, äh, ähm, da müssen wir halt, ähm, Sandstein nehmen. Ton. Hm? Ton. Ja, Sandstein, würd ich sagen. Ne, Ton. Ton? Ja. Das ist so gelblich, beige, über den Eingang. Ja, warte, ich lasse mal hier die Steine hier. Hab ich nämlich noch. Wie hoch willst du hier gehen, für den Bogen? Hm, 15? Der Bogen, der Bogen soll eigentlich, ähm, über, jetzt, ähm, ich hab ja diesen gemeißelten Stein da. Ja, und da drüber soll jetzt der Bogen kommen, dieser Innere, vom Haupteingang so nach oben läuft. Der innere Bogen. Hm, der innere Bogen. Und die äußeren Säulen machen ja dann auch noch Bögen. Ja. Ne, wir hätten, wir haben ja im Prinzip eins, zwei, drei, vier Bögen mindestens, ne? Eins, zwei, drei, vier, ja. So, und ich hol mal eben Ton, äh, siehst du, was ich meine? Ja. Ich brauche eigentlich noch Holz. Hm, 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 ist das Bäumchen schon wieder gewachsen? Ne, wie schade. Ich bring auch mal Sandstein mit, aber Sandstein wird eigentlich nicht. Oh, ich komm jetzt mal mit den Sachen. Ja. Ja. Hm. Keiner weh im Tabun angemacht. Ey, ich google jetzt auch gerade, ich bin jetzt wieder da, ich... Und... Ah. Ich verstehe es nicht. Rote, wo bist du? Ich verstehe es nicht. Hier, gerade an der Kiste. Komme. Ja, hier, der. Sandstein will ich... Der passt ganz genau hier, dieser hier. Zumindest bei meinem Texture Pack passt der ganz genau. Du würdest denken, das ist genau der Stein. Äh. Der ist so hell für den Köln. Der ist so hell. Guck mal, Foto. Ja, ich bin gemacht. Aber ich muss halt auch aufnehmen, das ist was. Naja. Im Wikipedia, oder wo bist du? Ja. Der Turm könnte gehen, wenn wir ihn gelb färben. Es gibt ja nur genug gelbe Blumen, ne? Ja, aber der Sandstein würde genau perfekt passen, finde ich jetzt. Ja. Finde ich aber jetzt nicht so hübsch. Richtig. Fällt das überhaupt nicht. Also...